so ihr lieben wir sind auf der suche nach einem bunker frisch zugemacht es gibt aber immer zwei eingänge christian alles zugemacht wir gucken mal es gibt ja immer zwei eingänge das könnte mal ein eingang gewesen sein hier wo wir uns jetzt befinden, ja ja habt ihr hier mal drunter geschaut hier? da? habt ihr da mal geschaut christian? Lüftung, oben mal gucken oder? wo ist der schönere weg hier dann? hier ist noch ein trampelfahrt hier ja die ist sehr rutschig also hier drunter ist auf jeden fall ein bunker und wir vermuten aber dass da zugemacht ist zwei eingänge haben wir gefunden, zwei eingänge sind zu wo? ja die liegen auch nur rum und weiß ich nicht, da oben ist ein häuschen christian ein häuschen da oben aber was ich zu bedeuten hat das weiß ich jetzt auch nicht weiß ich nicht christian, guck mal also urbex fehl war? ja ich glaub es auch na gut dann gucken wir nach dem anderen machen hier nen cut haben wir wieder ein typisches kleines urbex fehl video und man rutscht hier aber auch nur rum auf diese erde so so ihr lieben das wars bunker hat sich erledigt bunker ist zu bunker zu genau, also urbex fehl video was euch trotzdem befreundet ein kleines mittwochs video bunker schläft und ich will mit dem bus schlafen alles gerne daumen und schreibt was nettes in die kommentare wir sehen uns beim nächsten video ein kurzes knappes video ciao ich rutscht hier gleich weg Das war's für heute.